Robbie Williams wäre bereit, als Headliner beim Glastonbury-Festival aufzutreten. Der Sänger erklärte bei der Premiere seines Films Better Man in London »Wenn Sie mich fragen«, sagte Robbie gegenüber der Daily Mail. Mit dieser Aussage entfachte er Begeisterung bei seinen Fans. Viele wünschen sich, ihn auf der legendären Pyramid-Stage zu sehen. Auf die Frage, warum er bisher nicht als Hauptakt dabei war, sagte er »Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sie vielleicht verärgert.« Bereits 1998 stand Robbie einmal auf der Bühne des Festivals. Seitdem blieb jedoch eine erneute Einladung aus. Trotz seiner beeindruckenden Karriere scheint er übergangen zu werden. Stattdessen wurde Rod Stewart als Headliner für das nächste Jahr angekündigt. Diese Entscheidung spaltet die Meinungen der Festivalbesucher. Abseits der Bühne konzentriert sich Robbie auf seinen neuen Film. Better Man kommt am 2. Januar 2025 in die deutschen Kinos. Bei der Premiere in London strahlte er an der Seite seiner Frau Ida Field. Im Film wird Robbys Lebensgeschichte von Jono Davies verkörpert. Er selbst übernimmt die Rolle seines älteren Ichs. Der Film beleuchtet die Karriere des britischen Popstars. Robbie Williams, jetzt 50 Jahre alt, feiert damit ein neues Kapitel. Seine Fans hoffen, ihn bald wieder live erleben zu können. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Glastonbury Festival.